meine vermutung an der ganzen geschichte liegt nämlich darin dass wir rein strategischen paar probleme im zwergsystem nach wie vor haben und das ein großes problem ist weil wenn ich mir jetzt die produktion gerade anguckt wir haben wir brauchen zum beispiel iron ingots aber das ist kein problem eigentlich so wie das aussieht ja also wenn ich hier was jetzt nicht mehr lange dauern wird fertig bin die ganzen minen aufzubauen dann kann ich hier auch irgendwas machen da wollte ich mich schon erkundigen womit ich am besten aushelfen kann war da kurz schauen wir gerade ganz kurz in die in die produktion rein wo es gerade hängt iron ingots wären phänomenal high purity silicon fehlt uns auch titanium ingots haben ganz knapp noch das einzige was gar kein problem also du kannst eigentlich alles schmelzen das einzige was du nicht schmelzen brauchst das kupfer weil davon können wir uns zu absolut kaputt werfen also wenn du wenn du wenn du schmelzen bauen möchtest auch groß schmelzen mit blueprint und copy paste und solchen späßen mach ruhig eisen weil das ist gerade dringend weil ich wollte mir nämlich meinen blutchen machen für eine richtig moderne schmelze ja mark drei bände ganze scheiß das ist dann vielleicht gar nicht mal so unpraktisch wenn ich sowas hier auf sardira 1 machen absolut miss juka danke dir für den follow herzlich willkommen im stream ja also dass das könnte das könnte auf jeden fall was sehr solides sein finde ich ja vor allem wenn du mal so ein blueprint hast der ist ja im prinzip für alle sachen die geschmolzen werden müssen gleich ja also es ist dann nicht sehr schwer die so zu copy pasten dass hier dann alles mögliche verarbeitet wird das verbrauchen ja das kannst du ja dann relativ easy einfach immer einstellen und genau das ist super easy hey raven danke für den verschenken an bis juka im ersten monat ganz frisch dabei dankeschön raven dir das saulie gerne ausrufen zeichen hype ja also dass das gerade bei den schmelzen geht das halt super easy weil das immer ein eisen oder ein erz reingeht und ein fertiges produkt rausgeht und mit komma und punkt kannst du ja quasi auch einfach das hin platzieren denn die produktions art ändern einmal drüber gehen und dann hast und dann wieder neue blueprints speichern und dann copy pastest du quasi nur noch blueprints irgendwann das ist halt super angenehm schauen ich kann hier auch bestimmt irgendwo ich brauche ein bisschen mehr platz einfach das ist noch zu wenig das gute ist dass wir hier sehr ausreichend energie haben das macht die sache gerade sehr angenehm hier gerade motoren und so ein blödsinn herzustellen das ist sehr viel angenehmer im satire system das zu machen weil du einfach alles hast wenn wir jetzt mal angucken das hat die produktion auf jeden fall diese fabrik hat die produktion hochgezogen und wir produzieren wir brauchen das eben auch wobei unser problem tatsächlich als bottleneck nicht mal die motoren sind frage mich nicht wieso ich weiß es nicht wahrscheinlich weil die consumption noch nicht mitkommen unser problem sind magnetic coils hauptsächlich ja gut also das grundproduktion braucht das natürlich ganz schlecht da klappt das mit dem magneten mangel nicht aber dass das stimmt doch alles nicht das kann mir doch keiner erzählen also ich bin mir ziemlich sicher dass zappes auf schwein 2 magneten produziert und an einen spaceport leitet das kann mir doch keiner erzählen dass die dann nicht wegkommen ich glaube schon dass ich das tue und auf mirzern weiß ich dass es auf jeden fall läuft weil die meisten fertigung wenn ich ihn gebaut haben auf mirzern 5 war eigentlich nur ich ja stacking ist das problem dort ist ja seltsam das ist das sehr sehr gut das ist das das ist das das ist das ich glaube so können wir das bauen es fehlt noch eine kleinigkeit für die richtig moderne lebenswelt ja ja die haben wir nirgendwo hergestellt meine ich jetzt gibt es so herr total production kann das sein also ich habe hier gerade so und ich sehe sorter mark 1 okay die sind automatisiert ja sorter mark 2 scheinbar nicht da ja auch nicht hast du auf eine stunde hochgestellt von der produktion und länge auf total auf total wow okay ja ich weiß wir waren wir hatten da schon immer so unsere probleme mit das weiß ich noch und ich glaube ich habe da mit code blue mich mal drüber kurz unterhalten gab da habe gesagt ja das müssen wir machen okay eventuell kann ich mich da auch mal kümmern dann bei gelegenheit genau aber wie gesagt also das wichtige wichtigste von allem wären momentan so die sachen eisen high purity silicon das sind die zwei sachen die wo es fehlt wo wir definitiv lücken im system haben das ist ganz ganz schlecht also das problem problem das tut ja jetzt gerade sein dass ich gerne wenn ich da diesen blueprint klar machen dass ich da gerne mark 3 sorter verwendet verstehe dann also ich würde sie tatsächlich ja ich mache gerade die ganz große hosen kraft der hosentaschen crafting nummer ja dass ich irgendwann mal obwohl ich nicht dran glaube turbinen geliefert bekommen turbinen ist also tätig brauchen tun ja ich weiß kannst du dir auch noch in der handtasche herstellen vielleicht auch mal ich denke ja so wie schaut es jetzt mit den motoren aus lassen wir ganz kurz prüfen immer noch nicht alter schwede wie viele fertigung brauche ich denn davon zum glück ist wie gesagt energie hier nicht das große thema ich glaube die raumschiffe sind tatsächlich richtig langsam immer große mengen in einer kurzen zeit transportieren will das kommt natürlich darauf an wenn du so eine wirkliche druck betankung machst dann kannst du das vergessen mit einem port auf allen ausgabe lanes zu gehen da musst du aufpassen also das ist natürlich wie die ports brauchen ihre zeit vor allem wenn das über das halbe system durch schiebst ja dann dauert das einfach würdest du jetzt oder gehst du davon aus dass du zum beispiel jetzt beispielsweise du baust eine sehr sehr starke druck betankungs produktion hier rein dann ist es einfach unpraktisch weil du wirst nie mengen mäßig in der geschwindigkeit das kriegen also wir hatten das ja gelöst ich weiß gar nicht bei welchem ressort rohstoff das war das konnte an den port nicht mit windows voll auf einen port legst das konnte mit t3 assembler nicht so schnell geliefert werden wie es dann gebraucht worden ist da musst du einfach sagen okay dann hat der portal statt drei parallel lanes hat er halt nur zwei und dann baust du lieber fünf ports nebeneinander und dann ist das halt so aber irgendwo irgendwo muss muss halt einfach dann sagen okay dann dann funktioniert dieser blueprint halt nicht ich passe den an das ist ja nichts fixes das ist ja du kannst es ja immer weiter schön anpassen wie du es brauchst und das ist ja auch genau fein so also ich finde ich komme damit wunderbar zurecht man muss halt ein bisschen die spielregeln immer wieder anpassen weil sonst geht es halt einfach nicht wie gesagt ich wäre auch ganz dankbar drum wenn ich t2 und t3 sorter bekommen würde ja ist für mich genau dasselbe problem wie für zappes ich versuche jetzt wenigstens theoretisch mal das maximum rein zu bekommen auch wenn das natürlich wie gesagt wir produzieren ja schon von ab mit absicht immer ein bisschen drüber über alles damit du eben genau solche sachen wie jetzt transitsachen oder sowas auch noch mal mit einkalkulieren kannst dauert halt einfach seine zeit schauen wir mal ob wir die 16 3 erreichen mir werden 18 oder so ganz recht eigentlich aber mal gucken im zweifel baue ich dann noch mal fünf fertigungen her oder was man auch machen kann du kannst es auf drei lanes legen aber zum beispiel schauen hier werden noch mal bestimmt drei assembling maschinen mehr reingegangen wenn ich es ganz knapp gebaut hätte habe ich aber nicht damit kommen die ein bisschen besser zurecht wie gesagt dass magnetic coils fehlen das ist sehr klar kann auch daran liegen dass einfach die dass bei magnetic coils brauchst du kupfer das ist egal aber für die magneten brauchst du ja gut da brauchst du roheisen das ist völlig wurscht dann ne für die electric motors brauchst du eisenplatten barren das kommt aktuell noch aber theoretisch sind wir drunter also wir wenn wir alle maschinen vollgas laufen dann kriegen wir nicht nicht ausreichend geliefert das schlecht ich mache jetzt mal ganz kurz bei der produktion hier hinten weiter damit die wenigstens in der theorie läuft wie gesagt zu verstärken geht ja immer noch und das zeug herzustellen brauche ich das da und das zeug herzustellen brauche ich das da das kann man auch gleich über dem über ort machen und ich brauche das da wie gesagt davon kommt jetzt noch nichts aber das ist quasi an arbeit und dann brauche ich eine fünfer lane das natürlich auch selten ja vier produkte und ein ausgabeprodukt in einem assembler das ist ja ich habe es ich habe es ich habe es Jetzt brauchen wir mal ein bisschen mit Abstand vielleicht. Ach, Quatsch. Okay. Das ist ja auch geil. Das habe ich noch gar nie wahrgenommen. Wenn du über dein Logistik-Inventar drüber gehst, über irgendeine Ressource, die da drinnen ist und da wird dir ja dann angezeigt mit so einem blauen Pfeil nach unten, dass die gerade geliefert wird, also dass gerade was zu dir kommend ist. Wenn du da drüber hoferst, steht immer dabei Providable Items. Ja, das habe ich schon gesehen. Und die Traffic Capability, das ist auch ziemlich gut. Finde ich einfach interessant nochmal zum Nachgucken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er klärt auch einiges auf, wenn man sich nicht sicher ist, ob irgendwas überhaupt im Logistik-Netzwerk ist. Genau, 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 genau. So, also wir machen jetzt hier eine Fünfer-Lane, das heißt wir gehen hier mit einer hoch, mit zwei runter. Ich habe keine einzige Assembling-Machine mehr. Nein. Oh Mann. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Ich nehme an, du wirst die Mark 2 haben wollen. Mark 3 fordere ich eigentlich an. Ach, okay. Aber ich glaube, ich kriege keine Mark 3 gerade. Bänder fordere ich gar nicht Mark 3 aktuell an. Ich muss das mal irgendwann komplett neu strukturieren, was ich eigentlich gerade anfordere und was nicht. Wir sind aus der Zeit raus, wo du tausend Eisenbarren haben musst im Inventar. Ja. Das sind alles noch T2-Dinger, die ich hier baue. Was ist eigentlich der Vorteil, wenn man einen Plane-Smelter statt einen normalen Smelter benutzt? Er produziert nicht nur schneller, also er produziert schneller, so rum. Braucht mehr Energie und produziert schneller. Hat einen höheren Durchsatz. Da musst du mit den Bändern allerdings aufpassen, dass wenn du quasi so viele in Reihe baust, dass der Hinterste überhaupt noch was kriegt, selbst mit T3-Bändern. Das ist der Punkt. Ich rechne sowas immer aus, wenn ich meine Sachen baue. Nur, wenn ich gerade hier drüber gehe, also ich habe gerade mal so einen Plane-Smelter hingesetzt und als Material Iron-Ingets eingestellt. Und dann gehe ich drauf und dann havre ich über dem Rezept, der sagt, und dann zeigt er mir an, dass es eine Sekunde dauert, um ein Eisen in einen Iron-Ingot zu verwandeln. Und das ist genau dasselbe, was bei einem Mark-1-Smelter steht. Oben steht doch neben dem, also wenn du nicht über das Inget gehst, steht doch von Eisenerz in gelber Schrift zu Eisenbarren. Also da steht jetzt 0,0 pro Minute, weil das die Menge ist, die... Also ich konnte es nicht richtig erkennen, ob da irgendwas steht. Ich mache das mal an. Also wenn der mal zwei produziert, dann macht der ja quasi um... Also normalerweise dauert es eine Sekunde und der produziert halt doppelt so schnell, also 0,5. Da ist ein Spielprogramm-Plane-Smelter. Ich würde sagen 0,5 Sekunden, wenn er eine Sekunde normalerweise für eins bräuchte, ist es dann halt bei doppelter Geschwindigkeit, doppelter Production Speed, 0,5. Eins auf 0,5 Sekunden. Das geht ja noch richtig schnell, ne? Ja. Ne. Es steht hier im Wikitext, nur im Text, ne? Ähm, zweifach schneller als ein Arc-Smelter. Okay, also braucht also nicht eine Sekunde, sondern eine halbe Sekunde. Das heißt, für ein Mark-Drei-Band brauche ich 60 Smelter. Wow. Wow, okay. Wow. Okay. Ich glaube, ich muss das, was ich mir gerade gedacht habe, ein bisschen anders planen. Ja gut, du kannst ja, also es kommt natürlich darauf an, ob mit einem Port müsstest du das hinbekommen, dass dann auf, wenn du 60 hast. Das ist nicht das Problem, das ist nicht das Problem. Drei Lanes. Das geht jetzt wirklich um Layout. Ja. Wie ich das Blueprintable hinkriege. Also ich würde drei Parallel-Lanes bauen, mit jeweils 20 Planes-Meltern. Das wäre jetzt so meine Lösung, weil du musst auch immer daran denken, wie viele Output-Lanes du an einem Port nutzen kannst. Also da würde ich jetzt nicht so arg ins Kleine runtergehen. Je weniger, desto besser. Aber ja. Ja, Zwerg, das ist der Plan. Ah, ich bin begeistert. Es hilft ja nicht. Ich muss irgendwie hier zusammenrechnen. Ja. Da bin ich gerade dabei. Ich verstehe. Ich muss mal da hinten hin, da kommen die meisten Drohnen her. So, was funktioniert hier eigentlich? Der Port hat... Hier sind Magneten ohne Ende drin. Also es kann nicht sein, dass wir einen Magnet-Engpass haben. Also wenn das heißt, 73% unserer Maschinen haben Bottleneck bei Magneten, dann kann das nicht sein. Dann ist das höchstens ein Designfehler dann. Underpowered ist auch nicht so schlimm. Stacking, ja gut, ist halt so. Ja, also sehe ich jetzt keine großen Komplikationen für uns. Ich bin ja gut. Die sind ja auch nicht. Aber wenn du kannst. Ich bin ja so. 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 Ich bin nur gerade ein bisschen dümmlich. Ich finde mich nicht in meinen eigenen Sachen zurecht. Das geht mir den ganzen Tag so. Was? Was würde ich sagen? Es ist alles... Es ist nicht umhelfen. Na gut. Ich pallere jetzt gerade wieder mal wie immer meine ganze Bauwarteschlange mit Handcrafting-Stuff zu. Um... ... 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 ja ich bin gerade auch irgendwie so hart am denken ja ja genau ich überlege gerade was vergesse ich gerade irgendwas vergesse ich gerade und ich weiß nicht was und das macht mich wahnsinnig sowas ich mache bestimmt gerade irgendwas falsch und hinterher lachen sie mich wieder alle aus dem warte ich nebenher wie immer ein rucksack magnet kreuz gebaut werden ja ja es ist das zieht sich noch ist genau dahin weil da bin ich richtig so bärchen ich kann mir sagen mich muss nie ans trinken erinnern ich bin der knallharte dauersäufer ich hau pro stream 3 liter leitungswasser weg herrlich kein risiko alles gut so so wie mache ich denn meine stromversorgung das ist ja so das nächste thema also ich habe unsere electric motor produktion zumindest halbwegs dahin angenähert wo sie mal später irgendwann mal hin soll sofern wir denn die geschichte mit den magnetic coils hinbekommen da gehe ich aber jetzt auch mal schauen ob wir hier irgendwo einen falschen einstellungsdings haben hier werden die motoren auch helfen hier bauen wir auch nicht so wirklich prozessoren sind auch safe gerade im system ist nicht perfekt funktioniert aber für den moment können noch mal ein bisschen upgraden und dann wird sogar reichen wenn ich jetzt die letzte dinge hier einfach komplett upgraden würde mal schauen ja es bin halt bin halt gespannt ob wir das so am ende deichseln können bis jetzt